Zimmerpflanzen bringen Leben in dein Heim und benötigen sorgfältige Pflege. Ein Schlüsselaspekt dieser Pflege ist das Umtopfen, um ihre Gesundheit zu fördern. Aber warum ist das Umtopfen so wichtig? Pflanzen in zu kleinen Töpfen sind begrenzt in ihrem Wachstum. Wenn Wurzeln den Topf überwuchern, ist es Zeit für mehr Raum und man sollte die Pflanze umtopfen. Das Frühjahr, eine Zeit des Erwachens und Wachsens, ist der ideale Zeitpunkt für das Umtopfen. Dafür brauchst du einen größeren Topf, frische Erde, Granulat und Handschuhe. Eine wasserdichte Unterlage schützt vor Feuchtigkeitsschäden. Am besten geht man wie folgt vor. Zuerst prüft man mit Handschuhen, ob die Pflanze wirklich einen neuen Topf braucht. Danach gibt man das Granulat in den neuen Topf, um Staunässe vorzubeugen. Dann vorsichtig die Pflanze entnehmen, die Wurzeln lockern und beschneiden. Jetzt kannst du frische Erde hinzugeben, die Pflanze einsetzen und das Ganze mit Erde auffüllen. Abschließend die Pflanze gründlich gießen und auf den Untersetzer stellen. Nach dem Umtopfen sollte direkte Sonneneinstrahlung vermieden und die Feuchtigkeit regelmäßig überwacht werden.